Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Unsere allererste Sendung im Jahr 2023. Herr, danke für diese Zeit. Danke, Herr, dass du uns die Gelegenheit gibst, dein Wort weiter zu verkündigen. Halleluja. Danke, Herr. Ja, so, wir hatten letztes Mal am Ende von 2022 über die Früchte geredet. Und so, in dieser Sendung hatte uns also Joshua Maschia die Frage gestellt, also wo sind die Früchte? Wo sind die Früchte? Und ich wollte uns also alle ermutigen, dass wir in dieses Jahr, in 2023, also reinkommen, mit gewisser Eifer und Kraft das Wort des Herrn weiter zu leben. Alleluja, dass wir tief, tief, tief mit ihm gehen. Das letzte Mal hatten wir gesagt, in Lukas 13, haben wir gesehen, also wie der Herr sagte, dieses Baum, also da war ein Baum da, der Weingärtner sagte, ja, kipp noch, kipp noch, kipp noch dieses Jahr und ich werde diesen Baum, also mit Dünger, einfach, also ich werde im Boden arbeiten, damit der Baum also Früchte bringt. Ich weiß nicht, also wie das so bei euch gerade ist, also wie die Geschwister das so angenommen haben, aber alle, die noch in dieses Jahr reingekommen sind, haben, es ist so eine Art Gnade, dass der Herr, der Herr gibt uns also Gnade, jedes Jahr, jedes Jahr, wenn Tagen kommen, Jahren kommen, jeden Tag, wenn wir aufstehen und es geht weiter, es ist immer eine Gnade, es ist immer Gnade vom Herrn, dass wir immer noch weiterleben, damit wir sein Werk tun können. Halleluja, deswegen sollen wir, müssen wir also dankbar sein, also gestern hatten wir eine schöne Predigt gehört über Dankbarkeit, dass wir, wir sollen also dankbar, dankbar, dankbar sein, Halleluja. Und ich möchte uns also alle ermutigen, dass wir, wir sind also, wir sind also an diesen Tag gekommen, jeden Tag, wenn wir aufstehen, jeden Tag, jeden Tag, jede Woche, jede Monate und blödlich so, jeden Tag, jeden Tag, also blödlich, wir sind immer noch da, der Herr stellt uns, der Herr gibt uns also Leben, das ist also Gnade, Halleluja, Gnade, dass wir die Früchte, dass wir die Früchte für Joshua Maschia bringen können, Halleluja. Aber was hindert uns, liebe Geschwister, warum, warum sind wir in der Lage, manchmal in der Lage nicht, diese Früchte zu bringen? Wieso können wir das nicht ab und zu mal bringen? Liebe Geschwister, ich möchte so ein Thema heute bringen. Und Joshua Maschia hat mir also gezeigt, er zeigt also, warum, warum ist einfach, wieso bringen wir die Früchte nicht, wieso leben wir nicht, also das Wort des Herrn, wie Joshua Maschia, er ist also von uns verlangt. Wieso? Da muss man sich also diese Frage ausstellen. Wo sind die, wenn der Herr sagt, wo sind die Früchte? Ich habe ja so 10 Jahre, 20, 30, 70 Jahre, so viele Jahre gegeben auf dieser Erde und nichts bekommen und ich habe nichts gesehen. Wo sind die Früchte? Warum scheiden wir überhaupt? Wieso scheiden wir? Ja, wir sagen immer zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, zurück zu unserem Herrn. Aber, liebe Geschwister, wieso scheiden wir? Wieso scheiden wir? Halleluja, Halleluja. Die Sünde ist das Problem. Ja, die Sünde ist das Problem. Deswegen müssen wir also Buße tun. Deswegen müssen wir umkehren, zurück zum Herrn. Aber, wie sollen wir, müssen wir noch tiefer gehen, tiefer graben und genau die Krankheit aussuchen, genau das Problem suchen. Wieso sind wir nicht in der Lage, mit dem Herrn weiterzugehen? Und Joshua Maschia zeigt das in seinem Wort. Es steht in dem Wort. Es steht da drin. Und deswegen werden wir also heute über, also ein großes Thema, dieses Thema ist also, es ist so hart für uns alle, aber wir müssen darüber reden. Wir müssen. Es geht um Götzen. Götzendienst. Lesen wir mal, lesen wir in, gehen wir mal also in die Bibel, in Hesekiel, Prophet, also Hesekiel, in, Prophet Hesekiel, in Kapitel 14, ab Vers 1. Liebe Geschwister, lesen wir mal diese Geschichte. Und dann werden wir was also verstehen. Halleluja. Also, Hesekiel, Kapitel 14, ab Vers 1. Und es kamen etliche Männer von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mich hin. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Vers 3. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Misstat vor ihr an Gesicht gestellt. Also, ich stoppe mal da. Lesen wir nochmal Vers 3. Also, da sind also Menschen, Diener, sogenannte Diener des Herrn, Ältesten, die sind also zu den Propheten gekommen und wollten also mit dem Prophet reden. Aber der Herr, Jahwe, hatte schon also zu den Propheten geredet und gesagt, da kommen Menschen also zu dir. Und er hatte ihm schon, also er hatte diese Menschen, also er hatte seinen Prophet schon geoffenbart, was es in dem Leben von diesen Menschen überhaupt gibt. Und da steht im Vers 3, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Miesitat vor ihr an Gesicht gestellt. Wow! Wow! Was sind überhaupt da so Götzen? Also, es geht hier nicht um Götzen, also, was sind Götzen? Götzen sind sowas wie Bilder, weil auf, ich schuhe das mal, auf Verbricht, also Götzen bedeutet einfach ein Bild. Das ist also ein Bild. Auf griechisch Eidolon, das bedeutet ein Bild, also ein Bild, das man anbietet. Also, die Bibel sagt uns, diese Leute, diese Männer, diese Menschen hatten ihre Götzen in ihren Herzen. Das heißt, diese Bilder, diese sogenannten Anbetungsbilder, Bilder, die man also einbietet, also preiset und so weiter, die standen nicht vor ihren Augen, sondern in ihren Herzen. Wow! Liebe Geschwister, das da, ein Götzen ist etwas, ein Götzen ist etwas, was die Stelle von Joshua, Maschia, von unserem Herr einfach annimmt. Das übernimmt die Stelle von Gott, von Elohim. Wenn etwas in deinem Leben, die Stelle von Joshua, Maschia, von Herrn, von Yahweh, übernimmt, es ist ein Götzen. Wir kommen wieder auf diesen Vers, in Ezekiel, aber ich möchte, dass wir in 1. Mose mal gehen. 1. Mose, oh, Halleluja, 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 Joshua, Maschia. Ich würde sagen, nee, ich sage sogar, 2. Mose, 2. Mose, als Moses also die, die Gebote gekriegt hatte. Halleluja, 2. Mose, Kapitel 19, nee, Kapitel 20, sagen wir, das ist Kapitel 20, ab Vers 1. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, dein Elohim, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knecht, herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das sagt unser Herr. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bild nicht, noch irgendeinem Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. und Vers 5. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin, ein eifersüchtiger Gott, der die Schule der Väter heimsucht, an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied der, die mich hassen. Liebe Geschwister, Joshua, Maschia, da steht, Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir, keine anderen Elohims neben mir haben. Du sollst dir kein Bild nicht, noch irgendein Gleichnis nicht machen. Keine Bild nicht. Also, der Herr soll also die erste Stelle als Erste in deinem Leben sein. Aber, was machen also die Menschen sozusagen? Die haben ihre Eidos. Kennt ihr also diese, wie sagt man das nochmal, also die Stars, die werden als Idolen gesehen. Oh, und die Leute spielen sogar mit solchen Wörtern. Oh, das ist mein Idol. Oh, das ist mein Idol. Also, die nehmen diese sogenannten Idolen als Vorbilder. Ah, das ist mein Vorbild. Statt mein Vorbild zu sagen, die sagen, ah, das ist mein Idol. Götzendienst. Wissen nicht mal, wenn man also so spricht, dass man also in der Sünde ist. Man hat also die Stelle von Joshua, Maschia, von Yahweh, unser Elohim, einfach weggenommen und etwas anderes an diese Stelle gestellt. Etwas anderes. Was ist überhaupt also in deinem Leben? Was ist überhaupt unser Leben? Was sind die Götzen in unserem Leben? Darum, Darum können wir überhaupt keine richtige Früchte bringen? Weil Joshua sagt, der Herr sagt, wer ist überhaupt, bin ich der Erste in deinem Leben? Bin ich, habe ich wirklich die Stelle als Herr in deinem Leben? Was sind die Götzen überhaupt bei dir? Was sind sie? Für viele, Fernseher ist also Götzen geworden, Handy, diese Handy, YouTube, diese ganze Instagram, Bilder, TikTok, keine Ahnung, diese ganze Facebook, und nun sind also Götzen für viele Leute geworden. Statt die Zeit mit dem Herrn zu verbringen, die sind also so angezogen. Statt Joshua, Maschia, diese erste Stelle zu geben, sind sie an so viele Dinge gebunden. Die sind also Götzen, sogenannte Götzen in ihrem Leben geworden. Wie kann man also Früchte überhaupt also in diesen Zustand bringen, wenn Joshua, Maschia, nicht die erste Stelle bekommen hat? Diese Götzen bringen uns in die Hölle, in Verdeben. Wir müssen aufpassen. Boah. Ah, Joshua, Maschia. Die Bibel sagt das. Die Bibel sagt das. Also in Kolosser Kapitel 3. Wie können Sie das so lesen? Meine Güte. Ihr könnt das lesen. Kolosser Kapitel 3. Wer sowas tut, der wird nicht. Er kommt nicht rein. Kolosser Kapitel 3. Halleluja. Halleluja. Oh, Joshua, Maschia. Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Tötet. Und wenn wir sagen, Joshua, Joshua, Maschia, unser Herr ist, dann müssen wir alles tun, dass er die erste Stelle bekommt. Sonst kommt also, sonst kommt also Gottes Zorn, sonst kommt also Gottes Zorn auf uns. wie kann man also Früchte bringen, wenn der Herr nicht die erste Stelle bekommen hat. Schau mal, bei dir zu Hause, wie du lebst. Ist Joshua Maschia als Erste? Ist Joshua Maschia dein Herr? Was bedeutet überhaupt Herr? Herr ist also der Herrscher. Er herrscht. Aber wer ist der Herr überhaupt bei dir zu Hause? Wer ist der Herr überhaupt in deiner Familie? So viel Götzen. Dinge, so Dinge, Bilder, die wir in unser Herzen tragen. Oh, Joshua Maschia. Oh, Joshua Maschia. Gehen wir mal zurück, also zu Ezekiel. Prophet Ezekiel, Kapitel, Kapitel 4, äh 14. Halleluja. 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 Also, im Vers, Vers 2, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Miesetat vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr, jeden Mann vom Haus Israel, der seine Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß zu seiner Miesetat vor sein Angesicht stellt und zu dem Propheten kommt, demjenigen, der kommt, will ich der Herr selbst nach der Menge seine Götzen antworten. Könnt ihr euch vorstellen, er sagt, er wird nach der Menge seine Götzen antworten. Das heißt, es gab nicht nur ein Götzen, mehrere, viele Götzen. Wie viele Götzen sind die überhaupt in deinem Leben? Und er sagt, er will nach der Menge, Menge dieser Götzen antworten. Boah! Wow! Diese Welt heutzutage lehrt uns, Götzen in unser Herzen zu tragen. Wir sehen sie überall. Die nehmen die Stille von unserem Herrn Joshua Maschia. Wir geben an, ja, Christen zu sein, aber das Leben, das wir leben, man sieht überhaupt nicht, dass Joshua Maschia die erste Stille hat. Ah! Ah! Wir müssen Bose tun, liebe Geschwister. Wollen wir Erweckung erleben? Wollen wir Erweckung in Deutschland erleben? Dann Joshua Maschia soll die erste Stelle bekommen. Er soll die erste Stelle bekommen. Wie kann es sein, du sagst, du bist ein Christ, dass Joshua dein Herr ist? Und dann hast du noch, du hast Idolen. Wie kannst du Idolen haben? Wie kann man das, das geht doch nicht. Oh, mein Idol ist dieser Basketballer, mein Idol ist dieser Sänger, mein Idol ist, das ist Götzen, mein Bruder, meine Schwester. Schau mal, Fernseh, diese ganzen Serien, diese ganzen Aktivitäten, so links und rechts. Welche Stelle hat Joshua überhaupt in unser Leben, liebe Geschwister? Das Gebet, wir können nicht mehr beten, weil wir so viele Aktivitäten, Dinge, die unser Herzen genommen haben. Götzen können sogar Aktivitäten sein, Götzen können sogar Arbeit sein, Götzen dies, kann sogar ein falsches Bild von Joshua Maschia sein. Für die Leute, die glauben, dass der Herr sie Geld geben wird, dass der Herr Reichtum geben wird, so und so und so, aber ja, natürlich kann er das tun, aber das ist nicht, was wir verlangen müssen. Wir müssen ihn verlangen, wir wollen mehr von ihm, wir wollen seine Liebe, wir wollen seine Gegenwart für ihn leben, damit wir in der Ewigkeit mit unserem Herr leben können. Halleluja! Joshua Maschia ist nicht gekommen, damit du reich wirst. Joshua Maschia ist nicht gekommen, damit du heiratest. Joshua ist nicht gekommen, damit du ein Haus oder sowas bekommst. Nein, er ist gekommen, er ist gekommen, dich von der Sünde zu befreien. Das hat Johannes der Teufel auch gesagt, sagt, es hat das Lamm Gottes, das Lamm Elohim, das die Sünde wegnimmt. Halleluja! Oh! Oh! Halleluja! Joshua Maschia! Er nimmt die Sünde weg, er reinigt uns, er brennt uns, also von der Liebe dieser Welt. Joshua Maschia! Er bringt uns seinen Herzen seine Nähe, damit wir ihn noch mehr lieben, damit wir in der Ewigkeit mit ihm bleiben, leben können, Halleluja! Halleluja! Das ist das Evangelium! Das Evangelium ist nicht, also komm zu uns, komm in unsere Kirche, komm in unsere Gemeinde, komm, wir werden, du willst ein Haus haben, komm, du willst also Geld haben, komm, du willst also eine Frau oder einen Mann haben, nein, das ist nicht das Evangelium, das Evangelium ist die Freue Botschaft, die Freue Botschaft sagt, komm zu Joshua Maschia, er wird dich also befreien, befreien von der Sünde, befreien von dieser Welt, damit du Ewigkeit, damit du ewiges Lebens bekommst, Halleluja, Halleluja, ho, Joshua Maschia, Joshua Maschia, erkennt, du sollst also diese Götze in deinem Leben erkennen, du sollst diese Götze erkennen, Dinge, die dein Leben festen, Dinge, die dich also irgendwie in, wie sagt man das, im Gefängnis bringen, Dinge, die dich verhindern, das Wort des Herrn zu tun, Dinge, die dich verhindern, mit dem Herrn zu gehen, die müssen ihre Stelle verlieren, damit Joshua Maschia oben kommt, damit Joshua die erste Stelle bekommt, damit er der Herr ist, Halleluja, 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 oh, die Salbung Joshua Maschia, oh, Joshua, ich bitte für die Erweckung in Deutschland, ich bete für meine Geschwistern, die das gerade hören, ich bete für alle, Halleluja, die dieses Wort bekommen werden, Halleluja, Joshua ist der Befreier, Joshua allein soll die erste Stelle bekommen, wollen wir was also mit dem Herrn erleben, wollen wir Veränderungen in unseren Familien, wollen wir Veränderungen also in unserem Land, dann erheben wir Joshua Maschia, lassen wir unser Herr die erste Stelle nehmen, oh, Halleluja, 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 und lesen wir weiter, Halleluja, Vers 6, darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, kehrt um, und wendet euch ab von euren Götzen und wendet eure Angesichter von allen euren Gräuelen ab, oh, Buße tun, Buße tun, oh, ich kann nicht mehr, Halleluja, Halleluja, der Herr sagt, tut Buße, kehrt um, lasst alle diese Götzen, oh, Joshua Maschia, er soll die erste Stelle, die erste Stelle, darum sagt er hier, kehrt um, ich werde euch antworten, kommt zu mir, kehrt um, kehrt um, das ist, was wir jetzt sagen, zurück zu Joshua Maschia, zurück zum Wort, das ist die Botschaft, zurück zum Herrn, nicht zurück zum Menschen, nicht zurück zu irgendwelche Dinge, nicht zurück zu irgendwelche Denomination oder Konfession, nein, zurück zu Joshua Maschia, oh, liebe Geschwister, das Wort befreit, das Wort bricht die Ketten der Sünde, das Wort bricht die Macht der Hexerei, Halleluja, Halleluja, Leute, die gerade im Gefängnis sind, also von der Hexerei, von der Sünde, im Namen Joshua Maschia, wir brechen die Ketten, wir brechen die Ketten der Hexerei, wir brechen die Ketten der Sünde, im Namen Joshua Maschia, sei frei, sei frei, im Namen Joshua Maschia, oh, Halleluja, Halleluja, unser Herr ist wunderbar, unser Herr ist gekommen, uns zu befreien, Halleluja, Halleluja, oh, Joshua, oh, ich kann nicht mehr, oh, Halleluja, ich will nur beten, ich will nur beten, ich will nur in seinem Gegenwart bleiben, ich will Joshua Maschia, oh, erheben, Halleluja, Halleluja, also mein Bruder, meine Schwester, macht ein Checkup, Schaut in deinem Leben, welche Dinge haben überhaupt, welche, welche, wie viele, was ist das für eine Menge überhaupt von Götzen, welche Dinge, welche Sachen, welche Bilder haben überhaupt die Stelle von unserem Herrn angenommen, und dann kehrt um, kehrt um, kehrt um, im Namen Joshua Maschia, und ich gebe dir also noch einen Schlüssel, Halleluja, nur in der Gegenwart vom Herrn kannst du befreit werden, nur in seinem Angesicht, nur in seiner Gegenwart wirst du von allen diesen Götzen befreit werden, Halleluja, nur in seiner Gegenwart, kein Mensch, keine Gemeinde, keine kirchliche Gebäude, keine Denomination, niemand, nur Joshua Maschia kann dir da helfen, Halleluja, deswegen sagen wir, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim, Halleluja, Herr, ich preise deinen Namen, Halleluja, ich erhebe deinen Namen, Halleluja, betet, liebe Geschwister, betet, dass der Herr die Atmosphäre bei euch, also in euren Häusern, in unseren Familien endet, Halleluja, betet, betet, liebe Geschwister, dass der Herr, unser Herr Joshua Maschia, die Atmosphäre in unserer Umgebung endet, Halleluja, durch das Gebet, durch die Zeit mit ihm, Halleluja, nur so, nur so, werden wir die Früchte, die Früchte bringen, wenn Joshua Maschia die erste Stelle in unser Leben übernimmt, Halleluja, Halleluja, danke, mein Herr, danke, Joshua Maschia, danke, Herr, für alles, was du tust, im Namen Joshua Maschia, Halleluja, Amen.